Absolute Breaking News Leute und gleichzeitig auch eine sehr traurige Nachricht für alle Dortmund-Fans, wie ich finde. Denn Marco Reus hat jetzt offiziell bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag beim BVB nicht verlängern wird und den Verein am Saisonende verlässt. Das Ganze gab er mit einer Videobotschaft bekannt, in welcher er sagte, ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird und trotzdem bin ich froh, dass jetzt Klarheit herrscht und wir uns voll auf die noch ausstehenden, so wichtigen letzten Spiele konzentrieren können. Ja, das bedeutet also, dass die Champions League die letzte Chance auch für Marco Reus ist, seine Karriere doch nochmal zu krönen. Mal sehen, ob das gelingt. Würde sogar glatt sagen, falls das funktioniert, würde sich der Kreis tatsächlich perfekt schließen. Wir erinnern uns, 12.13 Uhr, als er kam, da ist der BVB ins Champions League Finale gekommen. Diesmal besteht er die Chance ebenfalls nochmal und wer weiß, was da möglicherweise noch geht. Er selbst sagt ja auch, dass genau das das große Ziel ist, das alle gemeinsam erreichen wollen. Und ja, damit steht fest, es endet eine unfassbar krasse Ära. Marco Reus spielte ja von 1995 bis 2005 in der Jugend des BVB. Danach ging es nach Aalen und über Aalen zu Borussia Mönchengladbach und von Gladbach aus zurück zum BVB, wo er 12 wirklich krasse Jahre hatte. Zwar konnte er nicht die Titel gewinnen, die er sich meiner Meinung nach individuell durchaus verdient hätte. Marco Reus war wirklich ein unfassbar krasser Spieler und ist für mich auch eine absolute Bundesliga-Legende. Ja, er war viel verletzt. Wenn das nicht gekommen wäre, dann hätte er definitiv eine noch krassere Karriere haben können. Aber wenn man jetzt auch mal auf seine Bilanz schaut beim BVB, 424 Spiele, 168 Tore und 128 Vorlagen, das ist einfach der Wahnsinn. Zweimal konnte er den DFB-Pokal gewinnen. Ja, der Meistertitel ist ihm zweimal aus der Hand geglitten, das ist natürlich bitter. Aber wie gesagt, eine letzte Chance bleibt ihm ja eventuell noch, dass man am Ende sagt, Marco Reus hat einen großen Titel mit dem BVB gewonnen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, niemand hat so oft das 1 zu 0 für den BVB erzielt wie Reus. Neun Tore hätten ihm übrigens noch gefehlt, um an Adi Preisler vorbeizuziehen, der 177 Tore für den BVB erzielen konnte. Das wird Marco Reus, da lege ich mich mal fest, nicht mehr schaffen. Was sehr schade ist, in meinen Augen hätte er es sich noch verdient, da ein Jahr dran zu hängen, damit er das eventuell noch schaffen kann. Das wird jetzt nur leider nicht mehr passieren. Am Ende des Tages ist es aber wirklich schade, dass Reus aufhört, denn ein Jahr hätte ich ihn wirklich gerne noch beim BVB gesehen. Das hätte er sich auf jeden Fall alleine schon aufgrund seiner Verdienste verdient gehabt. Dazu bin ich auch der Meinung, dass er von der Bank immer noch einen großen Impact aufs Spiel haben kann. Ja, er ist nicht mehr dieser spritzige Spieler, der er einst war. Trotzdem, was er technisch drauf hat, damit kann man einfach nochmal den Unterschied machen. Klar, irgendwann endet jede Ära, aber hier ist halt auch der bittere Beigeschmack dabei, dass man das Gefühl hat, dass es an seinem Verhältnis zu Edin Terzic liegt. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann macht es die Geschichte doch schon sehr bitter und unwürdig, meiner Meinung nach. Aber gut, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie es demnächst mit Reus weitergehen wird. Stand jetzt ist das noch offen. Er selbst sagte ja, dass er gerne noch das ein oder andere Jahr weitermachen möchte. Es gibt Interesse aus beispielsweise den USA. Vielleicht zieht es ihn ja dahin, würde ja passen. Wobei natürlich dagegen spricht, dass er eigentlich bei seiner Familie bleiben möchte. Da wäre dann ein Wechsel zu Gladbach, wo es ja auch Gerüchte gab, vielleicht gar nicht mal so unrealistisch. Auch wenn man sich aktuell einen Wechsel innerhalb der Bundesliga von Reus nur sehr schwer vorstellen kann. Alleine schon aufgrund seines hohen Gehaltes, welches ihm kaum ein anderer Klub so noch zahlen kann. Dass er zu einem Klub geht, der höhere Ambitionen als Dortmund hat, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und bei allem darunter. Ja, der wird ja auf jeden Fall Abstriche machen müssen. Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Er selbst sagte einfach nur, dass er ein neues Abenteuer sucht. Wir werden sehen, was passiert. Und gebe an der Stelle gerne mal an euch weiter. Was sagt ihr dazu, dass Marco Reus den BVB verlässt? Und was glaubt ihr, wo wird er in Zukunft auflaufen? Schreibt mir da gerne mal eure Prognosen dazu in die Kommentare. Und auch gerne, was ihr generell über diese Sache denkt. Ansonsten findet ihr wie immer meine neuesten Videos in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball.